Sind bei einem Unternehmenskauf oder Unternehmensverkauf Privatpersonen beziehungsweise private Vermögen involviert, müssen im Zuge einer Due Diligence Prüfung bisweilen auch das Familienrecht und gegebenenfalls sogar das Erbrecht mit berücksichtigt werden. Unternehmenstransaktionen unter Beteiligung natürlicher Personen können insoweit erb- oder familienrechtliche sogenannte Verpflichtungs- und Verfügungsbeschränkungen auslösen. Das gilt beispielsweise für in Zugewinn-Gemeinschaft verheiratete Ehegatten, durch eine Erbengemeinschaft gehaltene GmbH-Anteile oder auch Erbschaften, für die durch den Erblasser eine Testamentsvollstreckung angeordnet wurde. Was die wichtigsten Familien- und erbrechtlichen Vorschriften sind, die man bei Anbahnung und Durchführung einer M&A-Transaktion im Blick behalten sollte, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Let's go beyond return! Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian Ahrhelger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren. Häufig muss in modernen M&A-Transaktionen alles schnell gehen, ein Käufer oder Investor ist gefunden, den Letter of Intent möchte man besser gestern als heute abgeschlossen haben und überhaupt soll das Ganze in möglichst wenigen Wochen über die Bühne gegangen sein. Im Eifer des Gefechts wird dabei bisweilen übersehen, dass neben den offensichtlichen Themen der Due Diligence Prüfung möglicherweise auch zunächst fernliegende Familien- und erbrechtliche Themen eine für den zeitlichen Ablauf der Transaktion zentrale Rolle einnehmen können. Sehen wir uns zunächst einmal die eherechtliche Dimension eines Unternehmensverkaufs an. Im Zentrum steht hierbei in den meisten Fällen der § 1365 BGB die sogenannte Verfügung über das Vermögen im Ganzen im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Dort heißt es, ein Ehegatte kann sich nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten verpflichten, über sein Vermögen im Ganzen zu verfügen. Hat er sich ohne Zustimmung des anderen Ehegatten verpflichtet, so kann er die Verpflichtung nur erfüllen, wenn der andere Ehegatte einwilligt. Entspricht das Rechtsgeschäft den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung, so kann das Familiengericht auf Antrag des Ehegatten die Zustimmung des anderen Ehegatten ersetzen, wenn dieser sie ohne ausreichenden Grund verweigert oder durch Krankheit oder Abwesenheit an der Abgabe einer Erklärung verhindert und mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. Vor dem Hintergrund einer M&A-Transaktion ist insoweit besonders die Frage relevant, ab wann genau ein Ehegatte über sein Vermögen im Ganzen verfügt. Schließlich wird er oder sie neben Unternehmensanteilen häufig auch noch weitere Vermögenswerte besitzen. Nach der Rechtsprechung gilt hierbei eine Grenze von 90 Prozent bei größeren Vermögen und 85 Prozent bei kleineren Vermögen. Mit anderen Worten, wenn dem verfügenden Ehegatten ohne die Unternehmensanteile mindestens 10 beziehungsweise 15 Prozent seiner Vermögensmasse verbleiben, wird der § 1365 BGB nicht ausgelöst, weil nach der Rechtsprechung keine Verfügung über das Vermögen im Ganzen vorliegt. In der M&A-Praxis empfiehlt es sich normalerweise dennoch, eine vorsorgliche Einwilligung des anderen Ehegatten einzuholen, weil einerseits die von der Rechtsprechung gesetzten Prozentgrenzen etwas schwammig sind und man andererseits im Zweifel den Wert des eigenen Vermögens nachweisen müsste. Die Einholung einer derartigen Ehegattenzustimmung sollte man beweiskräftig schriftlich dokumentieren. Ganz wichtig an dieser Stelle, der § 1365 BGB gilt nur dann, wenn Sie in einer Zugewinngemeinschaft verheiratet sind. Diese Norm soll nämlich unter anderem den Zugewinnausgleichsanspruch des im gesetzlichen Güterstand verheirateten anderen Ehegatten für den späteren Scheidungsfall absichern. Haben Sie demgegenüber im Zuge eines Ehevertrages die Gütertrennung vereinbart, gilt die Norm nicht, weil es hier keinen zu schützenden Zugewinn-Ausgleichsanspruch des anderen Ehepartners gibt. Möchten Sie über einen Ehevertrag eine Modifikation des gesetzlichen Güterstandes vornehmen, also die sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft vereinbaren, kann der § 1365 BGB im Zuge dieses Ehevertrages angepasst oder auch ganz ausgeschlossen werden. Wenn Sie sich näher für die Themen Eheliches Güterrecht und Ehevertrag interessieren, kann ich zur Vertiefung meine beiden Videos zum Thema Ehevertrag bei der GmbH und Ehevertrag für Manager sowie meinen Praxisratgeber Ehevertrag empfehlen. Den können Sie auf meiner Kanzleiwebseite unter www.akofin.com-ratgeber-ehevertrag nachlesen. Links zu all dem finden Sie auch in der Beschreibung. Im Falle der ehevertraglich vereinbarten sogenannten Gütergemeinschaft existieren übrigens mit den § 1423-1450 BGB dem § 1365 BGB in ihrer Wirkung vergleichbare Normen zum Schutze des ehelichen Gesamtguts. Die Gütergemeinschaft wird heutzutage allerdings nur noch sehr selten von Eheleuten gewählt. Kommen wir nun vom Eherecht zu einem weiteren familienrechtlichen Thema, das Einfluss auf einen Unternehmenskaufvertrag bzw. den Ablauf einer M&A-Transaktion haben kann. Treten Minderjährige oder Personen bzw. Vermögensmassen, für die eine Pflegschaft, Betreuung oder Vormundschaft besteht als Unternehmensverkäufer auf, sind die Vorschriften in den § 1643 1908i 1915-1822-1821 BGB zu beachten. Danach muss insbesondere bei einer Verfügung über das Vermögen im Ganzen, bei Grundstücksgeschäften oder bei Abschluss eines Vertrages, der auf den entgeltlichen Erwerb oder die Veräußerung eines Erwerbsgeschäfts gerichtet ist, eine Zustimmung des Familiengerichts bzw. des Betreuungsgerichts oder Vormundschaftsgerichts eingeholt werden. Der Sinn dieser Vorschriften liegt auf der Hand, den Eltern bzw. einem Betreuer, Pfleger oder Vormund soll eine Kontrollinstanz nachgeschaltet werden, um einen Vermögensschaden von der rechtlich und wirtschaftlich berechtigten Person abzuwenden. Übrigens, speziell für Unternehmer bzw. Gesellschafter ist eine maßgeschneiderte Vorsorgevollmacht extrem wichtig, um beispielsweise für den Fall eines schweren Unfalls die Einmischung eines Betreuers in die Belange des Unternehmens zu vermeiden. Daher sei an dieser Stelle auf die Beyond Return Ausgabe Nr. 27 zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung für Unternehmer und Gesellschafter-Geschäftsführer hingewiesen. Der Link dazu wie immer in der Beschreibung. Von möglichen familienrechtlichen Implikationen auf einen Unternehmensverkauf kommen wir nun noch zu erbrechtlichen Dimensionen. Tatsächlich kann auch das Erbrecht in manchen Konstellationen einen Einfluss auf die Dealstruktur und den Kaufvertrag haben. Und zwar erstens, wenn ein Berührungspunkt mit einer Nachlasspflegschaft besteht, zweitens, wenn ein Berührungspunkt mit einer Testamentsvollstreckung besteht, drittens, wenn eine Vorerbschaft-Nacherbschaft-Konstellation gegeben ist und viertens, wenn beispielsweise dem M&A-Deal unterfallende GmbH-Anteile oder Teile des Sonderbetriebsvermögens einer GmbH und Co. KG durch eine Erbengemeinschaft gehalten werden. Im Falle der Nachlasspflegschaft steht der sogenannte Nachlassverwalter unter der Aufsicht des Nachlassgerichts. Womit über die §1985, 1960, 1915 BGB die eben schon im familienrechtlichen Teil erwähnten §1821 fortfolgende BGB eingreifen. Der Nachlasspfleger bedarf also bei entsprechenden Verfügungen einer Zustimmung des Nachlassgerichts, und zwar selbst dann, wenn die Erben nicht minderjährig sind. Sofern der Unternehmensverkauf durch einen Testamentsvollstrecker auf Verkäuferseite durchgeführt wird, kann es zudem im Lichte von § 2206 BGB erforderlich sein, dass der Testamentsvollstrecker die Erben mit in die Transaktion einbindet und nicht alleine handeln darf. Spiegelbildlich dazu bedürfen im Falle einer durch den Erblasser angeordneten Testamentsvollstreckung die Erben einer Mitwirkung des Testamentsvollstreckers, wenn sie über Nachlassgegenstände verfügen möchten §22 11 BGB. Verfügen sie ohne Einwilligung des Testamentsvollstreckers, wäre die rechtsgeschäftliche Verfügung schwebend unwirksam, könnte aber durch Genehmigung des Testamentsvollstreckers geheilt werden §185 184 BGB. Ferner kann ein sogenannter Vorerbe im Falle einer durch den Erblasser angeordneten Vor- und Nacherbschaft für die Verfügung über zum Nachlass gehörender unternehmerischer Assets unter Umständen einer Zustimmung durch den Nacherben bedürfen §2113 BGB. Das ist beispielsweise bei manchen komplexer geregelten Unternehmensnachfolgen im Hinterkopf zu behalten, bei denen man sich die besonderen Trust-ähnlichen Wirkungen einer solchen Vor- und Nacherbschaft zunutze gemacht hat. Und schließlich kann es noch problematisch sein, wenn beispielsweise einem Share-Deal unterfallende GmbH-Geschäftsanteile oder im Falle einer GmbH und CoKG notwendiges Sonderbetriebsvermögen aktuell durch eine ungeteilte Erbengemeinschaft gehalten werden. Gemäß §2040 Abs. 1 BGB können die Erben nur gemeinschaftlich über einen solchen Nachlassgegenstand verfügen. Problematisch wird es also in den Fällen, in denen nicht alle Miterben verkaufen wollen und es in einer Erbengemeinschaft zum Streit kommt. Ich hatte zum Thema Miterben und Erbengemeinschaft bei der GmbH und GmbH und CoKG übrigens kürzlich bereits ein separates Video veröffentlicht, auf das insoweit zur weiteren Vertiefung verwiesen sei. Besteht nun für einen Unternehmensverkäufer ein derartiger Erb- oder familienrechtlicher Zustimmungsvorbehalt gibt es in der Praxis zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Erstens kann man sich frühzeitig während der Verhandlungsphase um die Zustimmung des Ehegatten-, Familiengerichts-, Nachlassgerichts-, Vormundschaftsgerichts-, Betreuungsgerichts-, Testamentsvollstreckers bzw. der anderen Miterben oder Nacherben bemühen, also etwa den Letter of Intent, das Termsheet oder einen Entwurf der Verträge vorlegen und so die Zustimmung abwarten. Zweitens kann man aber auch die notwendige Zustimmung zu einer sogenannten Closing Condition machen, also den Vollzug der Transaktion unter die aufschiebende Bedingung der jeweiligen Zustimmung stellen. Die fehlende Freigabe kann dann zwischen Signing und Closing beschafft werden. Wenn Sie mehr zum Thema Closing Conditions erfahren möchten, kann ich übrigens mein Video zum Thema Due Diligence Fallbacks empfehlen, das ich ebenfalls unten verlinke. Das deutsche Familien- und Erbrecht hält also in seinen komplexen normativen Verschachtelungen so einige auch für die M&A-Transaktionspraxis wichtige Vorschriften bereit. Die eben genannten Zustimmungs- und Mitwirkungserfordernisse sollten immer dann vorsorglich geprüft werden, wenn natürliche Personen, also umgangssprachlich Privatpersonen, bei einem Unternehmenskaufvertrag Partei werden sollen. Es empfiehlt sich, die notwendigen Erlaubnisse möglichst frühzeitig einzuholen, das heißt idealerweise noch vor dem Signing der Verträge. Ansonsten besteht aber auch die Möglichkeit, derartige Zustimmungs- und Mitwirkungserfordernisse zu einer sogenannten Closing Condition, also einer Vollzugsbedingung zu machen. Zum Schluss noch einmal der kurze Hinweis auf meine weiterführenden Videos speziell zu den Themen Ehevertrag und Due Diligence Fallbacks, sowie meine Serien-Playliste Private Equity M&A hier im Kanal, die ich zur weiteren Vertiefung wärmstens empfehlen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal, hier bei Beyond Return. Demenk hof, für heute Grad beginnen Sie mit letzte Gang mit der In seinemflix- und лайkze leaned kinder. Warметri demonstrei ik naлом Beimesbestand. Barri spin, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.